So, dann wollen wir mal schauen hier, was geht auf dem Euro. Der erste Zehner schon mal gar nichts, der zweite Zehner schon mal gar nichts. Oh, ein Euro. Schauen wir mal. Ob er uns mal ein Bildchen gibt hier. Oh, da hätte er mal schöner inzwischen machen können. Ja, das waren die 25 Euro Anstand und nichts übergeblieben. So, mal gucken, was jetzt geht. Da sind sie alle durchgelaufen. Toll ist das ja nicht. Nehmen wir erst mal am 05 Spins. Das ist mir. Na komm. Ja, das kommt schon. Richtig. Belange ich. Nehmen wir kurz. Nehmen wir kurz. Ich bin jetzt. Na los, komm Komm schon Kurz und schmerzlos Tja, erstmal zum Thema 40 Minuten 60 Euro Ja, schade. So, dann gleich nochmal 60 hinterher hier Na los, komm Die nehmen wir erstmal Damit da mal ein bisschen was macht Jetzt kann man schönes Bild geben hier Na los Komm schon Komm schon Oh, schade Komm schon 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 Tja, hätte ich mir nicht angenommen, aber steckst nicht drin. Ah, komm, geht's a lau. Man muss es. Oh, da waren wir alle Na komm Okay Na jetzt vielleicht Tja Das war mal wieder schnelle 5 Minuten